Er löst alle menschlichen Probleme, weil er eine Antwort auf alles hat. Er ist die Antwort. Wir wollen die Hände heben und die Augen schließen. Jetzt wollen wir unsere Gebete darbringen. Wir wollen dafür beten, dass der Herr all unsere Sünden bedingungslos verbiegt. Wir bitten dich, Herr Höhe von uns. Wir beten, dass wir Gnade und Freude und Segen bekommen in unserem Leid. Wir bitten dich, Herr Höhe von uns. Wir beten für die Heilung und alle eine uneilbare Krankheit und alle die Krankheit. Wir bitten dich, Herr Höhe von uns. Jetzt beten wir für unsere Familie. Wir bitten dich, Herr Höhe von uns. Wir bitten dich, Herr Höhe von uns. Wir beten für unsere Kinder und Grandchildren. Wir beten für unsere Kinder und Engel-Kinder. So that they may grow in wisdom and knowledge. Dass sie in Weisheit und Wissen wachsen mögen. Let them be with Jesus Christ. Mögen sie bei Jesus Christus sein. For this we pray to you, Lord. Wir bitten dich, Herr Höhe von uns. Jetzt könnt ihr die Hände über Kreuz legen auf die Brust. Das ist dafür da, dass all eure Gebetsanliegen verwandelt werden zu seiner größeren Ehre. Der Heilige Geist, der ein Wunder vollbringt in Brot und Wein, der wird auch ein Wunder in eurem Leben vollbringen. Ihr seid wie ein Kelch. Vielleicht seid ihr jetzt ganz aufgefüllt mit Sorgen und Schwierigkeiten. Und eure Anliegen sind wie das Boot bei dieser Eucharistiefeier. Der Heilige Geist wird darauf niedergefallen. Und es wird verwandelt werden zu Ehre Gottes. Wir haben einen Gott, der Wunder vollbringt. Jesus ist der Gott der Verwandlung. Er bringt das himmlische Feuer auf uns herab. Wie er gesagt hat, ich bin in diese Welt gekommen, um sie in Brand zu setzen. Ich bin gekommen, um Feuer zu legen. Und nur ein Wunsch, es muss brennen. Es muss größer werden als Feuer. In dem Namen Jesu bete ich, dass der Herr all eure Gebetsanliegen verwandeln möge zu eurer Ehre, zu seiner Ehre und zu eurem Vorteil. Und jetzt ist der Augenblick, dass ihr eure persönlichen Anliegen vorbringen könnt. Also macht das bitte in der Stille. Und was immer jemand fertig ist, kann er sich hinsetzen. Und wir opfern diese Heilige Messe zur Erhöhung all dieser Gebetsanliegen. Und wir werden euch weiterhin an euch erinnern auf dem Altar. Und bis all eure Gebetsanliegen erhört sind. Und ihr werdet dann die Zeugen von Christus werden. Jetzt wollen wir also unsere ganz persönlichen Gebetsanliegen darbringen. Und wenn es vorüber ist, könnt ihr euch hinsetzen. Untertitelung des ZDF, 2020